Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von MyVlogsYouTube. Heute bin ich der Robin wieder dabei, Leute. Und der David auch. Hallo, Leute. Und Leute, es gibt in Night City hier Double XP, Leute. Wie ihr seht, schon wieder. Und das ist so cool, Leute. Ich würde sagen, wir rauben dann gleich mal ein paar Sachen aus, oder, David? Äh, ja. Und die Grinding-Methode. Jetzt hier, die ist so cool, Leute. Das ist so nice. Und dann würde ich sagen, dann machen wir es auch. Okay, der David muss jetzt gehen. Aber er kommt gleich wieder. Und Leute, ich bin jetzt einfach mal hier. Und ja, Leute. Und dann würde ich sagen, wir suchen uns hier diese ganzen Trash-Spinchen. Okay. Normalerweise breche ich hier mal aus. Und da ist dann meistens der Hammer drin. Oder nee, heute mal ein bisschen Bebelband drin. Oder so. Ja. Metall kann ich auch sehr gut gebrauchen, aber nicht. Aber ich glaube, ich mache Metall gut, Leute. So nix. Jetzt komm schon. Wo kann ich den anwenden? Ah, ja. Das ist da das coole eine. Den Ausgang wollte ich schon immer mal verwenden, Leute. Das kann ich euch sagen. Den finde ich nämlich sehr cool. Und ja, den werde ich jetzt auch verwenden hier zum Ausbrechen. Und ja, jetzt bin ich dann hier. Dann kann ich hier einfach ausbrechen. Wie immer der eigentliche Ausbruch. Und Leute, dann einfach mal mein Fahrtfinder hier bauen. Die Pyramide ist offen, Leute. Dann rauben wir einfach die Pyramide aus. Das schaffen wir ja, Leute. Und ja, genau. Dann rauben wir eben die Pyramide jetzt aus. Die geht nämlich sehr schnell und sie macht Spaß. Ich frage mich nur, welche Art davon es ist. Ah, okay. Das ist ja auch hier. Bauen wir die eigentlich durch den Hühnern. Dann müssen wir das verstehen. Ah. Das ist ja noch. Das ist ja noch. Das ist ja noch. Das ist ja noch nicht. Das ist ja noch nicht. Musik 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 Und dann hier entlang. Wacke ich hier so ganz schön ohne Ende. Und dann hier durchlaufen. Und weiter, dann habe ich es auch schon geschafft. Ja. Dann würde ich sagen, wir laden sie einfach mal hier aus. Laden. Laden. Und dann hier, Leute. Laden hier zu unserer Kontroll. Die Flüte. Jetzt kommen wir von der Flüte. Jetzt kommen wir von der Zähne. Jetzt kommen wir von der Flüte. Da ist mein Scout, Leute. Und dann geht es auch schon gleich, hier ist der Pressure-Bad, das ist also die Crime-Bade. Der Pyramiden heißt, ist auch mein Lieblings-Fightback, der macht Spaß, ist einfach und ist witzig. Ja, Leute, dann mache ich den nochmal einfach beendet. Und ja, Leute, dann wenn ich es beendet habe, dann war es das auch mit dem Video, Leute. Warte. Video, Leute. Und dann kann ich euch jetzt mal zeigen, ob man Doppel-XP kriegt und klar kriegt man das. Das war cool. Jetzt kriege ich es extra mit P. Dann kann ich mir vielleicht auch schon die nächste Bemühung anstellen. Und ja, nein, noch nicht. Aber ich bin schon jetzt bei 19 statt bei 18. Und ich habe jetzt einfach 1200 XP gekriegt. Und ja, das ist sehr cool. Also das Doppelte. Und ja, Leute, das war es mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Hat mich sehr gefreut. Haut rein, Leute. Ciao.